Der wahrscheinlich schlimmste Tag für jeden Single-Mann, der keinen Erfolg bei Frauen hat, ist der Wallendienstag. Von daher, Happy Wallendienstag. Ich hoffe, du bist nicht zu traurig, dir geht es nicht zu scheiße. Wenn doch, dann habe ich hier in diesem Video ein paar aufmunternde Worte für dich, wenn du einfach noch nicht da stehst, wo du hin möchtest beim Thema Frauen. Wahrscheinlich ist es bei dir jetzt gerade in diesem Moment auch so, du siehst überall diese glücklichen Pärchen rumlaufen, du siehst überall Wallendienstag-Werbung, du siehst überall überteuerte Blumen, die du deiner nicht vorhandenen Partnerin kaufen kannst, wenn du eine hättest. Und das macht dich traurig. Vielleicht bist du so ein bisschen verbittert, vielleicht bist du auch sauer und denkst dir, was ist nur falsch mit der Frauenwelt, warum fällt es meinen Kollegen, meinen Freunden so leicht, eine Partnerin zu finden, während ich da Probleme habe. Vielleicht denkst du an die Partnerin, von der du verlassen wurdest vor x, y Monaten oder Jahren und trauerst der hinterher. Als in einem hast du wahrscheinlich nicht gerade die tollste Zeit deines Lebens an diesem Tag. Deswegen möchte ich dir einfach mal ein paar Worte dazu sagen, weil es bringt nichts, verzweifelt zu sein. Es bringt nichts, dir diese ganzen negativen Gedanken zu machen. Weil stell dir einfach mal eine Frage. Wie viel hast du gemacht letztes Jahr, um eine Partnerin zu finden? Wie viel hast du gemacht? Wie viel Stunden Zeitaufwand hast du da rein investiert? Pro Woche? Wahrscheinlich kaum was. Vielleicht bist du mit deinen Jungs feiern gegangen, was ja jetzt gerade aufgrund der aktuellen Lage nicht besonders gut funktioniert. Für die wenigsten. Vielleicht hast du Online-Dating angeschmissen und ein paar halbherzige Versuche gestartet mit immer dem gleichen Schwachsinn, um Frauen kennenzulernen und hast du da keine Matches bekommen. Frauen haben nicht zurückgeschrieben, deine Gespräche sind im Sande verlaufen. Vielleicht hast du irgendeine Frau im Freundeskreis oder auf deiner Arbeit, der du immer so heimlich mit einem Auge auf ihren saftigen Hintern schaust, aber wo du nicht so richtig dich getraut hast, auf sie zuzugehen, ihr eine Avance zu machen. Lange Rede, kurzer Sinn. So viel hast du da nicht wirklich gemacht. Ich weiß, dir wird suggeriert von der ganzen Umwelt, von deiner Familie, von deinen Freunden. Der Bereich zwischen menschlichen Beziehungen, der funktioniert nicht wie alle anderen Bereiche. Es ist nicht wie Fitness oder Karriere oder Business, dass du einfach Zeit, Mühe und Energie reinsteckst, um ein Ergebnis zu erreichen, sondern das Thema Frauen oder Freundschaften, das ist was ganz anderes. Das musst du langsam angehen. Ja, es kommt oder es kommt halt nicht. Du musst nur warten, dann wirst du schon die Richtige finden. Das Leben wird dir, das Universum wird sie dir einfach auf dem Silbertablett servieren. Wenn du nur lange genug wartest und darauf vertraust und du einfach selber bist. Bullshit. Einfach kompletter Bullshit. Das Thema Dating, Partnerinnen finden, regelmäßig Dates haben und einfach mal erfolgreich bei Frauen sein, funktioniert wie alle anderen Lebensbereiche auch. Und genauso wie wenn du dich scheiße ernährst und nicht ins Fitnessstudio gehst und dann einfach fettleibig oder eben zu Höhen bist und keine Muskeln aufbaust, wirst du auch, wenn du nichts für das Thema Frauen tust, nichts dafür tust, neue Frauen regelmäßig kennenzulernen, einfach keine Dates haben. Und wenn du keine Dates hast, keine Auswahl hast, dann wirst du auch keine Frauen kennenlernen, wirst du auch keine Partnerin finden. Und wenn du mal aus reinem Schicksal und Glück eine Partnerin findest, dann sowieso eine, die nicht so richtig zu dir passt. Das ist statistisch einfach so. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, wenn du nicht regelmäßig Frauen kennenlernst, nicht mal weißt, so was für Frauen zu dir passen, daraus resultierend, dass dann die Richtige kommt, die wirklich zu dir passt. Die Wahrscheinlichkeit ist eher hoch, wenn du nichts aktiv für diesen Lebensbereich tust, dass du eine Frau kennenlernst, die nicht zu dir passt. Und dann endet die Beziehung in Streit und Vorwürfen. Die Frau distanziert sich irgendwann emotional von dir und das geht alles den Bach runter. Du wirst verlassen und hast wieder Zeit verschwendet und sitzt heute am Walddienstag hier und bist traurig, enttäuscht, wütend oder resigniert. Genau das ist, was passieren wird, wenn du diesen Lebensbereich so siehst, als etwas, was von alleine kommt. Ja, Schwachsinn. Wenn du etwas möchtest im Leben, wenn du Frauen möchtest, wenn du auch gute Freundschaften möchtest, in diesem ganzen Bereich zwischen menschlichen Beziehungen, wenn du da irgendwelche Ziele hast, dann musst du aktiv was dafür tun. Also wach auf. Es ist doch nur logisch, dass bei dir wieder nichts läuft. Du hast auch nichts dafür getan. Und für dich ist die Sache wahrscheinlich auch abstrakt und kompliziert, weil du eben noch nie Erfahrungen gesammelt hast. Du hast noch nie wirklich dir die Zeit genommen und die Mühe reingesteckt, die dieser Lebensbereich eigentlich verdient. Weil, seien wir mal ehrlich, was macht uns am glücklichsten? Denkst du, Geld macht uns am allerglücklichsten? Ich kann dir mittlerweile sagen, nein. Geld ist nicht das Wichtigste im Leben. Materielle Dinge, macht dich das am glücklichsten? Nein, auch nicht. Irgendwann, wenn du dir ein teures Auto oder irgendwelche Luxusuhren gekauft hast, ist das für dich das Normalste auf der Welt und ziemlich langweilige Scheiße. So, ich habe zum Beispiel jetzt mittlerweile vier Rolex-Uhren in meinem Schrank rumliegen und ziehe nur eine davon an. So. Habe ich in meinen jungen Jahren gemacht, wo ich das erste Mal Geld verdient habe? Jetzt ist es scheißegal. Genauso wie mit dem Thema Autos, irgendwelche teuren Klamotten oder sonst was. Das macht auch nicht glücklich. Oder denkst du, Reisen macht dich glücklich, dass du die ganze Zeit andere Länder besuchst, neue Eindrücke sammelst, nur um vor deinen aktuellen Problemen im Leben zu flüchten? Das wird dich genauso wenig glücklich machen. Das, was uns wirklich glücklich und zufrieden in unserem Leben macht, ist das Thema zwischenmenschliche Beziehungen. Bedeutet, dass du wirklich tolle, loyale Freunde hast, denen dein Wohlergehen am Herzen liegt, mit denen du dich wirklich verstehst, die dich bei deinen Problemen unterstützen, die in den Arsch treten, wenn du das mal brauchst. Und vor allem das Thema Partnerschaft. Ja, wir Menschen sind nicht dafür gebaut, um auf Dauer allein zu sein. Das ist statistisch schon seit 100 Jahren bewiesen. Dauersingles sind nicht glücklich. Auch die Männer, die vermeintlich erfolgreich bei Frauen sind und jedes Wochenende eine andere vögeln, aber keine Beziehungen anfangen mit 30, 40, 50, die sind auch statistisch gesehen nicht glücklich. Wir Menschen sind dafür gemacht, dass wir einfach tolle Partnerschaften mit anderen Menschen anfangen und eine sehr intensive Verbindung mit diesem aufbauen. Wir sind dafür gebaut, dass wir jeden Tag irgendwann nach Hause kommen, zu unserer Frau, Zuneigung, gegenseitig austauschen und eine tolle, liebevolle Zeit miteinander verbringen. Das ist am Ende des Tages das, was wirklich glücklich macht. Und das kann ich dir auch aus eigener Erfahrung bestätigen, weil ich kann mittlerweile behaupten, dass ich so ziemlich jedes gesellschaftlich anerkannte allgemeine Ziel erreicht habe. Also ich habe Geld, ich habe viel Freizeit, wenn ich möchte, ich kann mir meine Zeit einteilen, wie ich es möchte, mein Wunsch nach materiellem Zeug ist mehr als befriedigt, meine Uhren gammeln im Schrank herum, ich habe vieles, was ich nicht mal anziehe und was sehr, sehr teuer war. Also ich habe wirklich alle diese Ziele erreicht und das, was mich trotzdem am glücklichsten macht, ist meine Partnerin. Das, was mich persönlich am meisten bereichert in meinem gesamten Leben, ist, wenn ich nach der Arbeit nach Hause komme, mit meiner Partnerin flirte, sich das Ganze so anfühlt, als würden wir uns irgendwie seit einer Woche daten, wenn ich von ihr Komplimente bekomme, wenn ich ihr auf ihren knackigen, saftigen Hintern klatsche und sie spielerisch mich aufzieht und wir dann am Ende einfach eine tolle Zeit verbringen. Das ist das, was mich persönlich am glücklichsten macht. Also unterschätzt diesen Lebensbereich nicht. Unterschätzt nicht den Lebensbereich Dating, weil du kannst so viel Geld verdienen, wie du möchtest, du kannst so erfolgreich in deiner Karriere sein, wie du willst, solange du nicht die perfekte Partnerin an deiner Seite hast, wird dir immer so ein kleines Puzzlestück fehlen zu deinem Glück. Deswegen gilt diese ganze billige Ausrede nicht von wegen, ich fokussiere mich erst auf meine Karriere, erst will ich viel Geld verdienen, erst will ich abnehmen, bis ich aussehe wie ein Andonis und dann, und dann mache ich das Thema. Nein, eine richtig tolle Partnerin an deiner Seite, eine richtig gesunde Beziehung, die wird auch dafür sorgen, dass du in anderen Lebensbereichen glücklicher wirst, weil, wieso soll ich zum Beispiel mir den Arsch hier abrackern und hart arbeiten oder was weiß ich was machen, was mit viel Disziplin und Fleiß verbunden ist, wenn ich weiß, dass mein Wochenende scheiße ist. Das, was mein Wochenende toll macht, ist meine Partnerin. Und das musst du einfach verstehen, das musst du einfach in deinen Kopf bekommen und diesem Lebensbereich mal die Aufmerksamkeit widmen, die er verdient. Deswegen, sieh das nicht als etwas, was einfach da ist oder eben nicht. Diese ganze Mentalität von wegen, warte einfach ab und dann kommt schon. Nein, nimm es in die Hand und geh das Ganze mal aktiv an. Weil es ist wie alle anderen Lebensbereiche auch. Wenn du Mühe da reinsteckst, wenn du dir helfen lässt, wenn du die richtigen Dinge tust und dich auch mal überwindest, dann wird das relativ schnell etwas werden. Das heißt, du wirst in der Lage sein, ständig neue Frauen kennenzulernen, Dates mit vielen verschiedenen Frauen zu haben, dass du irgendwann in so einem Überfluss bist und sagen kannst, diese Frau, die gefällt mir, die nehme ich jetzt als meine Partnerin. Und dass du im zweiten Schritt dann eine Beziehung beginnen kannst, die sich auch nach zehn Jahren immer noch so anfühlt, als sei man frisch verliebt. Das ist doch das, was du möchtest. Also steck die notwendige Mühe rein. Du brauchst gar nicht die traurige Leberwurst zu spielen, hier am Walddienstag rumzujammern, alle Frauen sind vergeben und alle Frauen haben kein Interesse an mir. Nein, du hast einfach nichts gemacht. Wenn du was tun würdest, dann würde sich auch sehr, sehr schnell etwas ändern. Das ist die Sache, die die wenigsten verstehen. Deswegen, es macht keinen Sinn, dass du traurig bist. Es macht keinen Sinn, dass du wütend oder verbittert oder resigniert bist. Übernimm doch einfach mal Verantwortung bitte für deine Situation und steck Mühe, Zeit, Energie und vielleicht auch Geld in diesen Lebensbereich und gib ihm die Aufmerksamkeit, die er verdient. Weil dann wirst du nächsten Mal, den Dienstag vielleicht mit deiner Partnerin verbringen können und wirst du einfach die tollste Zeit deines Lebens haben und glücklich sein, dass du die Entscheidung getroffen hast, das Ganze mal ernst zu nehmen und nicht wie ein Kind, nicht wie jemand, der erwartet, dass etwas aus nichts kommt. Weil egal, was du im Leben willst, du musst für alles etwas tun. Du musst für alles arbeiten, Mühe, Zeit und Energie reinstecken. Anders funktioniert das nicht. Genauso wie beim Thema Freundschaften. Wenn du nicht zufrieden mit deinen Freundschaften bist, dann heißt es nicht, warte einfach ab, bis die richtigen Freunde kommen. Nein, lern neue Leute kennen. Geh in dein Fitnessstudio, quatsch da die Leute an, die dir sympathisch vorkommen. Systematisiere das Ganze und übernimm Verantwortung dafür, dass du das mal auf die Reihe bekommst. Und das ist halt das, was dir die wenigsten sagen. Die meisten, deine Familie, deine Freunde werden dir sagen, ja, warte einfach ab, irgendwann wird das schon. Nein, wenn du die gleichen Dinge tust wie jetzt, wirst du auch immer die gleichen Ergebnisse haben wie jetzt. Dann wirst du auch noch in zwei Jahren am Walddienstag hier rumgammeln und traurig sein und dich wundern, warum die Welt so unfair ist. Nein, sie gibt dir genau das, was du verdient hast. Und du hast aktuell nichts verdient, weil du da einfach nicht die notwendige Energie reinsteckst. Was erwartest du denn? Das ist das Einzige, was dir zusteht. Das, was du jetzt hast, heute, heute, das ist das Einzige, was dir zusteht, wenn du noch keine Mühe und Energie reingesteckt hast. Und sogar wenn du etwas reingesteckt hast, dann hast du halt die falschen Dinge gemacht. Denn Erfolg bedeutet nicht einfach nur unendlich Mühe reinstecken, sondern Erfolg bedeutet das Abarbeiten von Bedingungen. Jemand, der zum Beispiel tausend Frauen auf eine falsche Art und Weise anspricht, der wird viel weniger Erfolg haben, als jemand, der zehn Frauen auf die richtige Art und Weise anspricht. Deswegen wisch deine Tränchen beiseite, mach dir bewusst, dass du für alles verantwortlich bist, was dir gerade widerfährt und fang einfach mal an, etwas aktiv zu tun. Wenn du wissen möchtest, wie das Ganze funktioniert, wenn du wissen möchtest, wie du innerhalb der nächsten drei bis sechs Monate dein Datingleben komplett revolutionieren kannst, bis du in so eine Situation des Überflusses kommst, wo du regelmäßig Dates hast, wo du einfach weißt, ich bin attraktiv für Frauen. Viele Frauen, die ich auch gut finde, wünschen sich eine Beziehung mit mir. Wenn du das möchtest, dann klicke einfach auf den ersten Link in der Videobeschreibung, weil wir haben schon tausendfach bewiesen, dass das funktioniert. Ja, ich weiß, dass du vor allem, wenn du gerade traurig bist, denkst, ich bin so ein Sonderfall und bei mir ist kompliziert und bla, bla, bla. Nein, ist nicht so. Geh einfach mal die Extrameile, trag dich ein für ein kostenloses Beratungsgespräch und dann erkläre ich dir, warum du keine ganz besondere Schneeflocke bist, sondern ein ganz normaler Typ, wie alle anderen auch, der einfach in der Vergangenheit die falschen Entscheidungen getroffen hat und der einfach nur richtige Entscheidungen treffen muss, der einfach ein bisschen Aufwand, Zeit investieren muss in diesen Lebensbereich, damit es sich sehr schnell in die richtige Richtung verändert, bis du eine Partnerin gefunden hast, die wirklich eins da zu dir passt. Also, erster Link in der Videobeschreibung. Rumheulen bringt nichts. Denk dran, es bringt auch nichts, dich scheiße zu fühlen, dich selber zu geißeln, dich in der Schuld zu suhlen. Es ist alles sinnlos, Mann. Wenn du etwas ändern möchtest, dann buche ein kostenloses Beratungsgespräch.